Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf NF-Marsch im Rumärgerkrimi. Nein, nicht Rumärgerkrimi, in Vio. Man kennt's, ne? Es gibt Tage, da klappt's gut. Es gibt Tage, da klappt's nicht gut. Aber ich hab angeknipst. Wir können jetzt gleich hier abschließen. Und es gibt zwei Neurungen. Zeige ich euch gleich. Ich hab nämlich noch ein bisschen Geld ausgegeben. Ich hab mir gedacht, klappt. Wir kriegen hier noch ein bisschen Tollers rein. Verkaufst du die jetzt schon alle? Ne, die müssen jetzt in den Hof. Oh, ich hab da Feld. Warte, 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 warte. Z. Und dann? Fahren wir die schon zum Hof? Wo muss denn Feld 74? Ist das noch gar nicht fertig? Oder ist das auch schon abgeschlossen? Ich muss gleich gucken. Ich bin gerade echt Bonone in die Biene. Hä? Heider, nein. Hier klappt ja gar nichts manchmal. Ne, dann fahren wir das alles schon zum Hof. Dann kenn ich ja nichts. Und dann fährst du mir zum Hof. Dann brauchen wir jetzt nicht hin. Das lassen wir drinnen, weil wir müssen jetzt... Oh, ich seh's nicht mehr. Hof. Schickraum. Muss doch tapen. Ah, mit dem Tablet geht aber nicht anders. Aber jetzt sehe ich ja nicht mal mehr AD. Da muss ich AD auf die andere Seite schmeißen. Da krieg ich gleich hin. Wir wollen jetzt eben den Wagen voll machen, dass der schon mal zum Hof heizen kann, ne? Das wär ja echt Premium. Dann haben wir nämlich mal wieder was geschafft. Ich würd mich echt freuen, wenn auch mal wieder was klappt. Ich muss nämlich gleich gucken, wo die anderen Flächen hin müssen. Da hab ich jetzt gar nicht aufgepasst. Ne, den wollen wir auch noch mitnehmen, da. Auf jeden. Wieso wollen wir hin? Jetzt müssen wir hier nochmal hin. Dann müssen wir auf jeden Fall hier wahrscheinlich noch... Oh, jetzt nehmt ihr den Ball nicht mit. Ganz voll mache ich den ja nie. Wisst ihr ja? Ich hab da schon mal Lässe gehabt, dass der dann gar nicht mehr abladen will. Das war nicht so schön. Deswegen mache ich den nie ganz voll. Ich lass die letzten beiden immer hinten frei. Dann läuft das einigermaßen. So, du fährst zum Hof. So, ich muss mal was nachgucken. Heider mei. Tatsache, Feld 74 ist auch schon abgeschlossen. Nee, das ist alles unseres. Aber da müssen wir noch pressen, ne? Guck mal, 257.000. So, Feld 48 musste... BGA. Okay. Alles klar. Feld 74. Oh, dich mach ich gleich. Da hab ich jetzt... Hier die erste Neuerung, ne? Ich hab jetzt mal Tatra gekauft, ne? Weil wegen... Ja, LKW Nummer 4. Den musste ich zurücksetzen. Der Autoloader... Der hing mir hier... Dingsbums. Sag mal schnell. Der hing mir, äh... Im Ballenwagen fest. Ich wundere mich, warum das andere neue Gefährt den Ballenwagen nicht wegkriegt, ne? Keine Chance. Hängt der LKW da dran? Ich denke, das kann's nicht sein. Dann hab ich die nicht auseinandergekriegt, ne? Hier rumgetütert, da rumgetütert. Ja, nachdem ich den anderen dann zurückgesetzt hab, konnte ich auch meinen zweiten Ballenwagen nutzen. Irgendein Schick-Kram ist immer, oder? Mal ganz ehrlich. Es könnte ja auch mal was glatt laufen. Aber ich glaub, da bist du viel auf diesem Kanal. Ganz ehrlich. Hier bist du total viel am Platz. Aber ich hab neun LKW. Ich möchte jetzt gucken, ob der damit besser klarkommt. Ich hab mit dem Tatra im 19er super Erfahrung gemacht. Gerade auf... World, World, West. Und deswegen hab ich mich jetzt entschieden. Nutze ich den jetzt hier. Guck, der fährt. Was willst du denn jetzt mehr? Der soll vorne... ...fahren und dann hinterher Tollas verdienen, ne? Ne, erstmal hier Mist hinfahren. Schick-Kram, da irgendwas ist immer, ne? Ordentlich Mist reinklocken. Ne, Produktion hab ich heute noch gar nicht geguckt. Tiere auch noch nicht. Aber da war ja noch alles Tutti, ne? Hier müssen wir auch ordentlich Milch schon wieder... Oh, schon wieder Milch, ne? Da ist noch... Hier müssen wir noch... Ne, da müssen wir noch die ganzen Viecher-Zucht wegfahren. Hier sind auch noch vier drin. Die müssen auch noch weg. Ja, das dauert noch ewig, bis die sich wieder reproduzieren, ne? Das läuft hier. Dünger-Produktion. Da ist jetzt ordentlich Mist mal reingekommen. Das ist ganz gut, ne? Gülle ist auch noch ordentlich drin, ne? Gehreste müssen wir demnächst wieder umfahren. Was ist hier? Hä? Ach, man sollte das auch vielleicht mal... ...aktivieren, ne? Dann läuft das auch mit der... ...Planung hier. Echt, 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 echt. Das läuft noch. Da, du hast noch ordentlich Diesel, ne? Hier läuft auch. Ihr seid geboostet, ne? Ihr müsstet eigentlich besser laufen. Schon wieder 36.000 Liter kommen. Hier mit Lasse läuft... Ihr müsst wohl nur umfahren, ne? Oder umtragen, ne? Mit Lasse. Damit die Hefe und die Lehmittel hier weiter produziert werden. Äh, das läuft. Das können wir auch bald wieder umfahren. Hier ist nur ordentlich Schub drin, ne? Ja, hier so ein Lump. Da sind 81.000 Liter drin, ne? Da kommt jetzt auch mal wieder ordentlich Diesel zusammen. Wir brauchen das auch. Das können wir erstmal deaktivieren. Da haben wir gerade nichts. Sehr gewählt. Läuft, ne? Guck mal, durch die Booster. Da kommt er wahrscheinlich mehr jetzt rein. Richtig cool. Das läuft auch. Wir kriegen Leder. Wir brauchen auch Leder, weil dann können wir, glaube ich, Schuhe machen, ne? Das läuft hier noch. Ne? Da viel Wolle haben wir nicht, ey. Ich müsste eigentlich in den Scharfstall investieren. Damit wir doch ordentlich Gas geben können, ne? Das läuft. Ich kann ja noch jede Menge umfahren. Wir müssen auch ordentlich Zuckerrübe im Silo haben, ne? Hier Zuckerrübe. 251.000, ja. Das fehlt sich einpendeln. Also, das läuft schon mal. Da bin ich ja schon mal zufrieden. So. Du bist leer. Mach mal aus. Hier unsere neue Neuerung, ne? Ich habe mir den Mock gekauft. Gibt es ja jetzt im Mod Hub. Ne? Ich will den mal ausprobieren. Gangschaltung ist ein Stiesel. Hoffentlich lädt er jetzt. Die Ballen müssen nämlich dann zur BGA. Wir müssen hier mal aufruhen. Ne? Nein, der John Deere hat hier leichte Probleme. Nochmal. Z. B. Danke. Wie gesagt, das ist unser zweites neues Mobil. Ich hoffe, er kommt damit klar. Gangschaltung entschließen. Muss er heutzutage immer haben. In jedem Spielstand eigentlich. Ich habe mir gedacht, wir probieren mal ein Unimog aus. Kannst du immer mal gebrauchen, ne? Boah, wie Zeit hat die Ballen hier wegkommt. Die müssen wir zu BGA bringen. Nicht BGA Nord, sondern zu BGA. Dann ist das Süd. Ne, BGA. Muss das ja BGA Süd sein. Ich weiß aber, welche das ist. Nur mit Schaltung, ne? Ich finde, ist er für Sveni immer Premium. Schaltung ist er richtig. Töfte, ne? Du hast ja heutzutage in Leben. Schaltung. Ohne Schaltung geht ja gar nichts, ne? Hier mit Polauberlampe, ne? Läuft die? Die läuft sogar, ne? Extra Licht. Können wir jetzt sehen, dass wir auch unten jetzt die Ballen gleich wegkriegen, ne? Dass der dann nicht immer drinnen rumflattert. Wie gesagt, jetzt muss das zweite Abfahrergespann mit zu, ne? Feld 74 ist fertig. Feld, äh, 45 können wir abschließen. Jetzt schiebst du schon wieder eine Balle vor dir her. Das kann doch gar nicht sein, mein Freund. Wenn wir mal ganz ehrlich, du willst mich doch gerade verschietern. Ich hab die doch gerade weggehohnt. Bin ich den heute super nah, ne? Wo fährst du denn jetzt lang? Du willst mich doch gerade echt total veräppeln, oder? Hä? Kannst du mir erzählen, was du da machst? Was, was machst du da jetzt? Nicht fragen, nur wundern. Nicht. Manchmal ist es echt. Hier, Mock, Uwe. Mock ist immer gut. Du kannst immer mit brackeln. Ist auch ganz wichtig. Aber ich muss ja ein bisschen langsamer fahren, ne? Falls ich geblitzt werde. Sonst hab ich ja... Ein Monat LS-Verbot, hab ich gehört. Oh, oh. Ein Monat lang keine LS zocken. Du musst das immer heimlich machen, ne? Ohne euch. Ich versteh nicht, warum der die Außenbäume wieder fehlt. Das entzieht sich meiner. So, guck mal. Dann haben wir den. Der kann jetzt auch zu BGA heizen. Fahre da mal hin, ne? Dich holen wir später zum Hof. Ihr seid noch fleißig an Dreschen, ne? Das läuft. Du bist fertig. So, lange Rede. Gar keinen Sinn. Ich muss erst den Staten. Du kannst mir jetzt mal... erst zum Hof fahren. Fahre mal erst nur zum Hof. Hof. Ich hab die anderen Flächen noch nicht gemäht. Hab ich noch nicht... Er fährt fleißig her, ne? Er macht sich hier wieder ein schönter. Er läuft. Er hat ne Balle hinter. Ich krieg hier ein Offen. Ja, die ist manchmal zum Mäuse melken, ne? Anstatt dass die mal arbeiten, ne? Nee! Jetzt tappen wir wieder von vorne durch, ne? Ich wollte eigentlich zum Steinesammler. Ah, er ist in der richtigen Bahn. Er ist immer noch nicht der. Das kann's nicht sein. Ich hab die... ...fixen dicke. Nein! Nein! Dieser Drescher und Zippe und AD, ne? Keine Chance. Dann bist du verloren. Mal klappt's, mal klappt's überhaupt nicht. Ihr seht's ja. Ne? Bei überhaupt nicht sind wir jetzt. Nein! Da krieg ich schon Krise bei, ne? Kennt ihr das mit Krise und so? Hier, Menschenpanikauflauf. Ist ja auch nicht so, dass wir hier nicht 10.000 Sachen am Laufen haben, ne? Also von da her. Können wir auch da lang fahren, ja, ne? Ist ja nicht so, als wären wir unortskundig. Mann, 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 ey. Man kommt zu nix. Weil immer ist irgendein Tüterkorn. Der hätte schon längst die Ecke runterhauben können, du. Ne, glaub mir. Ich hab noch gar nicht in Braucht gewöhnt. Und Gebrauchtwagenshop nachgeguckt, ob da was Schönes vor uns ist, aber wir haben jetzt so viel Schlepper und Maschinen, ne? Ich muss den Deutzkleiner ummodeln. Oder wir nehmen den Waltra eben zum Schwaden, ne? Kann der Waltra eben fix Schwaden fahren? Aber wir können auch den Wagen, der jetzt hinterm Waltra ist, den können wir verkaufen. Wir haben jetzt zwei LKWs an Schlüssel. Wir haben eigentlich viel zu viele Wagen. Oder wir verkaufen die über das Menü. Das können wir auch machen. Hier steht er mitten im Weg, ne? Weißt du? Das ist er auch heutzutage. Weil er wartet sich ein Wolf. So, mach du mal hier. Erster Wegpunkt. Erster Wegpunkt. Gibt Schubrakete. Das soll ja wohl jetzt laufen, oder? Du hast... Ne, den Wagen behalten wir. Da kannst du dir sicher sein. Aber der Schlipper ist eigentlich so langsam überflüssig, ne? Wenn, dann können wir uns nochmal einen JCB kaufen, oder so. Oder einen anderen Häcksler. Aber mein Häcksler ist auch gut. So, äh... Du gehst als erstes. Wir haben zu viele Schlipper. Also zu viele Maschinen. Wir müssen aussortieren. Der Wagen kann auch mit weg. Das Düngemorpel steht im Moment auch nur rum. Kannst du auch nichts mitmachen. Und wie gesagt, das ist zu viel Klötergrauen, was wir hier alle rumstehen haben. Da wirst du ja rammt, oder? Ich, ne? Wie merkt's ja, wenn wir durchtapulieren? Klar brauchen wir auch die Maschinen. Ist keine Frage. Aber es muss auch anders gehen. Guck mal, hier ist nur was los, du. Guck mal, guck mal. Ja, voll Action. Äh, der kleine Do, jetzt ist er voll reingebrackelt, ne? Er fährt da hin, wo er hin soll. Hoffentlich, ja. Geh mal, Schubrakete! Wir haben eilig. Nicht bummeln. Okay, er hat's verstanden. Hast gesehen, direkt Gang runtergeschaltet und ab auf den Pin. So wie sich das gehört, ne? Guck, dass meine Arbeiter dürften nicht bei Christian arbeiten, ne? Bisher, ne? Guck mal rein auf den Kanal. Agrarvideos, hier genau, ne? Der Christian, der macht auch guten Content. Kann man immer gut reingucken. Finde ich auch, ganz ehrlich. Kannst du echt, kannst du gut reingucken. Aber ich brauch da manchmal auch so dumm wie's klingt ein Dolmetscher. Für mich ist das nicht so einfach. So, das haben wir. Ähm. Du wartest. Ja, du... Ah, ne. Ich hab grad keine Zeit, ne? Komm, wir stellen dich eben an der Seite. Ach, du hast noch ein ZIP-AD drin, ne? Ich glaub, du wirst auch bald gehen müssen. Noch brauchen wir dich im Moment, ne? Mal, jetzt mal kommst du jetzt hier an die Seite. Kannst du kurz porken? Falls wir dich reparieren müssen, dann bleib mal hier eben stehen. Du fehlst. Du hängst fest. Das läuft. Mach mal alle an. Mach mal runter. So, ich muss eben hier weitermachen. der Joystick steht zu weit weg, man. Mach doch mal runter. weiter, ne? Weiter, ne? Machst du jetzt hier weiter? Ach so. Ach so. So, mach hier. Jetzt sag ich mal ihm die Kuh. Ach so. Ja, dann mach mal weiter. Das schaffst du schon. Bis zum nächsten Masten. Du bleibst auf jeden Fall. Du arbeitest mal. Er hängt schon wieder in der Balle. Kann's nicht sein, ne? Er wartet. Ja. Ich muss zum New Holland. Er muss Steine sammeln. Oh, er drischt. Ist ja echt Premium. Er wartet. Er steht gleich mitten im Weg. Machen wir gleich. Dich brauchen wir jetzt erst. Sonst geht hier gar nichts. Mach mal an den Hubel. Bist du eingeklappt? Ne, klapp dich ein. 600 PS, ne? Und kannst du nicht auf den Acker heizen. Das kann's nicht sein, Leute. Liebe Leute, ich sag erstmal danke fürs Zugucken bis hier, ne? Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Läumchen freuen. Ihr könnt's ja nicht. Ja, und wenn's euch gefallen hat und ihr wollt nichts mehr von diesem ganzen Chaos hier verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.